Der herbeigesehnte Saisonauftakt in der 2. Bundesliga steht kurz bevor. Am Sonnabend treten die Spieler des Wilhelmshavener Handballvereins in Springe an. Dann zählt sie nicht mehr. Die makellose Bilanz des WAV in der 3. Liga Nord. 30 Spiele, 30 Siege, 60 zu 0 Punkte, 954 zu 740 Tore. Sportredakteur Thomas Breves berichtet seit vielen Jahren über den einstigen Erstligisten, den er auch während der Vorbereitung im Fokus hatte. Die Geschichte der Spielzeit 2015-2016 ist noch nicht geschrieben. Der Journalist blickt voraus. Ich denke, von den Jada Handballern ist eine ganze Menge zu erwarten. Die Mannschaft ist soweit zusammengeblieben. Sie zehrt natürlich von dem Aufstieg. Ich denke, die Kräfte werden reichen, um dieser Liga mitzuhalten. Und sie profitiert natürlich auch sehr stark von dem mannschaftlichen Zusammenhalt. Den hebt Coach Christian Körmann ebenso hervor. Auch im finanziellen Sinne bleibt sich der Club treu. Gemeinsam mit Manager Dieter Koopmann hat er sich trotz der 40 bevorstehenden Liga-Partien gegen Vollprofis entschieden. Alle Spieler arbeiten, studieren oder gehen noch zur Schule. Ein immenses Pensum für die Sportler also. Die Belastung ist sicherlich schon sehr groß. Und gerade wenn man an die weiten Auswärtsfahrten denkt, ist das sicherlich schon ein ganz großer Aufwand, der betrieben wird. Ich weiß, dass die Mannschaft teilweise auch in Hotels übernachten wird, wenn es mal ein bisschen weiter ist. Nichtsdestotrotz legt Christian Körmann als Trainer immer sehr viel Wert auf den konditionellen Zustand der Mannschaft. Ausdauerbereich, Kraft und Disziplin. Das ist eines seiner ganz großen Schlagworte. Und nicht zuletzt damit führte der ehemalige Erst- und Zweitligaspieler den einst stolzen BHV zurück zu alter Stärke. Auch wenn die Jadestädter bereits in der ersten Runde des DRB-Pokals gegen Liga-Konkurrent Hamm ausgeschieden sind, bleibe der Coach entspannt, sagt Breves. Er ist sehr unaufgeregt jetzt im Hinblick auf die neue Saison. Wahrscheinlich liegt es auch einem, wie du schon gesagt hast, auch daran, dass er natürlich das ganze Geschäft schon seit langer Zeit kennt. Weiß, was auf ihn zukommt, auch wenn es jetzt aus der Sicht des Trainers ist. Angesichts des Auftakts beim Mitaufsteiger Springe gilt es indes, höchste Konzentration zu bewahren. Es sei nicht nur unglücklich, sondern auch potenziell gefährlich, zum Saisonstart zu scheitern. Erfolg erwünscht. Der wäre sicherlich sehr wichtig, einfach um den Schwung aus diesem fantastischen Jahr in der dritten Liga mitnehmen zu können. Und nicht gleich, sag ich mal so, einen ersten Dämpfer und die ganze Euphorie ist verflogen, nach dem Motto zu starten. Es wird schwer. Springe hat gut aufgerüstet, hat finanziell auch einiges investiert in die Mannschaft. Es wird nicht leicht werden, denke ich, für die Mannschaft da jetzt auch wirklich Punkte zu holen. Das wird zumindest Springes-Coach und Ex-Nationalspieler Sven Lakenmacher verhindern wollen. Ohnehin sei es für Wilhelmshaven wichtig, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt in der heimischen Nordfrostarena zu sammeln. Das Wilhelmshavener Publikum ist in der Lage, die Mannschaft zu pushen. Und das wird es auch in dieser Saison wieder tun, in den entscheidenden Momenten. Es ist natürlich jetzt ein bisschen erfolgsverwöhnt durch die vergangene Saison, aber ich denke, das Publikum ist so weit, das einzuschätzen, dass auch eine Niederlage mal vorkommen kann in diesem Jahr. Spätestens am 27. Mai 2016 wollen die Jadestädter in der Nordfrostarena den Nicht-Abstieg feiern. Es ist das letzte Saison-Heimspiel. Dann ist die HSG Nordhorn-Lingen zu Gast. Spätestens am 28. Mai 2016